Ist es eigentlich sinnlos oder überzogen im Fitnessstudio Parfüm zu tragen? Reicht nicht das 3€ Wühltisch Deo mit dem X in der Mitte aus für diesen Zweck? Lass mich am besten gleich mal deine Ansicht zu dem Thema wissen. Ich für meinen Teil, ich setze schon seit vielen Jahren auf EDT beim Sport, habe für mich selbst aber ein paar wichtige Einschränkungen festgelegt, die da wären. Erstmal ist mir der Preis hier schon wichtiger als wenn ich einen Duft zum Ausgehen oder auch für den Alltag suche. Ich bleibe da möglichst unterhalb von 50€ pro 100ml, denn schließlich duschst Du das ganze ja nach dem Training wieder weg und dafür muss man vielleicht nicht unbedingt edles Parfüm dem Marley verplempern. Außerdem würde ich bedenken, dass das Studio kein Ort zum großartigen Sozialisieren, zum Flirten oder zum Ärschegucken ist. Du gehst da rein, arbeitest und gehst wieder raus. Irgendwelche positiven Reaktionen oder gar Komplimente, die brauchst Du Dir da also gar nicht erhoffen, aber dafür trägst Du ein Parfüm ja ohnehin eigentlich nicht. Darüber hinaus darf mein Duft auf keinen Fall penetrant oder zu wuchtig daherkommen. Das stört beim Training nicht nur Dich selbst, sondern unter Umständen auch die anderen um Dich herum. Ich vermeide also stark ledrige Düfte, Düfte die zu würzig sind, solche die zu süß sind und auch animalische Duftnoten mit zu viel Moschus, Kardamom und Amber. Übrig bleiben da eigentlich nur noch leichte citruslastige bzw. aquatische Noten. Diese werden unter den ganzen Experten, die Du auf Foren oder sozialen Medien findest, oft als sogenannte Duschgel-Düfte eher schlecht geredet, aber glaub mir im Studio willst Du genau diese tragen. Boss Bottle Unlimited Hier haben wir gleich einen richtig guten Kandidatin, mit dem Du bei all Deinen sportlichen Aktivitäten komplett stilsicher aufgestellt sein dürftest. Der Duft ist leicht und dezent und er vermittelt Dir bei übersichtlicher Silage, die nicht mehr als eine Armlänge ist, ein frisches Gefühl, mit dem Dir das ganze Training einfach nur Spaß machen dürfte. In der Kopfnote dominiert stark die Grapefruit und in der Herznote geht es dann auch weiter mit fruchtigen Akkorden aus vorwiegend Ananas und ganz zarten, blumigen Spuren, wobei die Rose hier wirklich mild und eher verwässert daherkommt. Abgerundet wird das ganze mit Sandelholz sowie einer Spur aus Moschus und das Gesamtbild das lässt sich als belebend, als frisch und fruchtig bezeichnen, so wie es eben sein muss. Lass es mich wissen, falls Du einen Favoriten hast und sieh Dich, wenn Du magst, auch gern bei mir im Shop für meine handselektierten Allzeit-Empfehlungen um. Danke fürs Zusehen, beste Grüße, Ciao Ciao